Musik Im Januar begleitet uns bei Unser Sonntag die Philosophin Hanna-Barbara Gell-Falkowitz. Sie war unter anderem mit Lehraufträgen und Lehrstuhlvertretungen in Bayreuth, Tübingen, Eichstätt und München sowie als Professorin in Dresden tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Religionsphilosophie der Moderne, Phänomenologie und die Anthropologie der Geschlechter. Ansporn für weiteres Wirken war ihr die Verleihung des Ratzinger-Preises in 2021. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. In Jesu Leben gab es zwei Männer mit dem Namen Johannes. Der eine war mit ihm verwandt, ein halbes Jahr älter als er, Johannes der Täufer. Der andere stieß erst in den letzten drei Lebensjahren Jesu zu ihm. Dieser Jünger wurde Jesu Freund, wie er sonst keinen hatte. Der Apostel Johannes scheint, den innigen und subjektiven Bezug darzustellen. Der Cousin Johannes, der Täufer, aber die Beziehung in der gemeinsamen Aufgabe. Objektiv. Ohne tieferes Nachdenken würden wir wohl der gefühlsmäßigen Beziehung den Vorrang einräumen. Darüber vergessen wir aber eine Grundstruktur von Freundschaft. Freundschaft enthält über die Zuneigung hinaus noch ein drittes, die gemeinsame Sache. Von dieser Art war die Beziehung Jesu zu seinem Cousin. Und die gemeinsame Sache zwischen ihnen hieß Gerechtigkeit. Johannes der Täufer hatte eine Facette, die Jesus selber zu eigen war. Das Unbestechliche. Das Zupackende. Johannes steht für das Abwaschen von Schmutz. Nicht nur für gelegentliches Ausbessern. Nein, für den bedingungslosen Neuanfang. All das verdichtet sich in der Taufe. Das Ablegen widerwärtiger Alterschuld. Das Anlegen der Unschuld. Umkehren. Anders werden. Neuanfangen. Ein lockender Gedanke. Bei dem Mann in der Wüste, arm und karg, kann sich dorthin ein Tor auftun. Alles Strenge und Reine ist anziehend. Was reizt an ihm so sehr, dass man vor ihm, wider Willen, die Sünden oder sogar die Wunden aufdeckt, die gut verklebten? Wenn er tauft, wirft er offenbar ganze Lebensläufe um. Wieder andere demaskiert er aufs Gröbste, die das Bad im Jordan modisch so nebenbei nehmen wollen. Heute ist die große Lösungskraft der Kirche, das Abwaschen von Schuld, fast verstummt. Und so ist es nur schwer begreiflich, wie sich vor Johannes der verschlossene Mund auftut. Hat er die Aura kühner, zwingender Wahrheit, die ihn umgibt? Vor ihm streckt sich das Krumme von selber ins Gerade. Bevor noch das große Geheimnis kommt, das noch keinen Namen hat, bringt er Härte. Wehtunde, wohltuende Härte zum Reinigen. Schluss mit dem Verplempern der eigenen Kraft. Schluss mit allem Getue, das nur Depression verdeckt. Stattdessen Schreien aus Brunnentiefe nach Hilfe schreien. Hinter Johannes taucht schon der Größere auf. Nur wo geschrien wird, kann er helfen. Johannes löst diesen Schrei aus den verstockten Mündern. Etwas liegt in der Ausstrahlung des Predigers, das die Menge aus der Stadt in die Machia lockt. Wie schafft er es, dass viele in ein kleines Rinnsaal namens Jordan steigen, um sich zu reinigen? Später wird er wegen dieser Macht geköpft, sein Vetter wird gekreuzigt. Johannes trägt im Namen das Wort Hanna, Gnade, Sohn der Gnade. Mit ihm beginnt jener Anfang, der bis heute kein Ende hat. Seien wir genauer, es beginnt der Anfang, der auf ein Ziel zuläuft. Vorher gab es in den meisten Kulturen, in den meisten Reichen, nur eine Geschichte, die kreiselte. Zwischen Frieden und Krieg, Leben und Tod, auf und ab. Ziellos, ohne Finale, ohne letztliche Gerechtigkeit. Seit der Stimme Johannes des Täufers aber gibt es Ziel, Bewusstsein, Klarheit. Wie schön, der Stimme nachzulaufen, die lockt. Wie heißt das Ziel? Heil. Und der es bringt? Gott. So einfach ist das, so leicht. Aber wo sehen wir ihn? Was kann denn Jesus, was der Täufer nicht konnte? Es ist merkwürdigerweise nur der vollständig Sündelose, der sich mit der Sünde aller bepackt. Johannes fand nach längerem Suchen dafür ein Wort, nämlich das Wort vom Lamm, das die Sünde wegschleppt. Das äußere Zeichen dafür, das er bereitstellte, war die Reinigung. Und Johannes staunte, als der Sündelose auch zu ihm kam. Wozu die Reinigung? Es bedarf der Unschuld, um sich ganz mit der Schuld einzulassen. Mit schmutzigem Wasser lässt sich der Schmutz nicht abwaschen. Der Preis ist furchtbar. Das Wasser, das andere wäscht, wird selber trüb. Die Taufe Jesu ist der Eintritt in unsere Welt, der gemeinen Laster. Sie ist kein oberflächliches Ritual. Sie ist die Übernahme unseres stinkenden Elends. Sie ist noch eine symbolische Reinigung. Die zweite Ernsthafte wird später, drei Jahre später, mit Blut vollzogen und mit dem Tod enden. Die alte Liturgie hatte den Täufling im geweihten Wasser ertränkt und dann zu neuem Leben hervorgezogen. Es ging immer noch um Tod und Leben. Eigentlich ist die Taufe ein gefährliches Wahrzeichen. Erst untertauchen und ertrinken, dann halbtot hochkommen. Die drei Tröpfchen Wasser, die man heute sparsam auf den Kopf des Täuflings tröpfelt, lassen das nicht mehr erkennen. Aber die frühe Kirche und immer noch die Ostkirche schicken den Täufling ganz unter Wasser, bis er um Atem ringt. Nur atemlos geht es ins freie, neue, große. Auch bei der Taufe Jesu geschieht Ungeheures. Beim Ein- und Auftauchen Jesu reißt unmittelbar das ganz Verborgene auf. Geist und Vater erstmals lassen sich sehen und hören. Aus der Taufe blitzt ein Vorlauf auf den Ostermorgen. Tod dreht sich in Leben, Sünde in Unschuld. Jesus ertrinkt in der Ungerechtigkeit der Welt und Johannes, der Täufer, begreift das Drama und stimmt ihm scharfblickend zu. Er tauft ihn. Petrus wird später viel weniger scharfblickend den Herrn hindern wollen, zu sterben. Johannes nicht. Er lässt Jesus unter das Gesetz der Reinigung treten, weil sonst die Unreinheit auf keine Weise zu bezwingen ist. Und siehe, die Himmel taten sich auf. Der Geist und die Stimme bezeugen das beispiellos Neue, das nun beginnt. Die Stimme bezeugen das Stadtmachtsaus. Der Geist und die Stimme bezeugen das Stadtmachtsaus. Der Geist.